Wenn Sie nur noch so wenig Geld haben, dann wollen Sie doch nicht, dass der Staat in den Vorschriften macht, an welchen Tagen Sie heizen, an welchen Tagen Sie essen. Das will doch jeder individuell handhaben, oder? Der eine sagt, einter heizen, einter essen, einter heizen, einter essen. Der andere hat es gerne am Wochenende warm. Ja, bitte sehr. An den Tagen, wo Sie nicht heizen können, sind Sie froh, wenn Sie keine Zähne haben, brauchen Sie nicht zu klappern. Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak und von Süßigkeiten, der muss doch gesteigert werden. Der mit allen Mitteln, das schafft einen Boom in der Industrie, das schafft doch Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, alles was noch zählt sind, Arbeitsplätze. Ich schlage den Unsinn seit 16 Jahren satirisch vor, jetzt machen die das. Die denken so in Berlin. Meine Gesundheitsministerin, Tritra Truller-Schmidt. Das Beste blieb und sie erhalten nach der Wahl. Ja, da können Sie wählen, wie Sie wollen. Die sagen, das ist Demokratie, ich glaube, das ist wie Scheiße am Schuh. Bei Kohl hieß es immer noch, es ist entscheidend, was hinten rauskommt. Bei dieser Regierung ist nur noch entscheidend, dass überhaupt was rauskommt. Ulla Schmidt hatte ihren Geist in der Offenbarung schon vor dreieinhalb Jahren abgelegt. Da ging es um die Erhöhung der Tabaksteuer. Rauchen sollte am 1. Januar 2004 ein Euro pro Päckchen teurer werden. Und das war lange vorher beschlossen und verkündet. Und kurz vor der Steuererhöhung sagte Ulla Schmidt auf einmal, Ja, wir machen das jetzt doch nicht auf einen Schlag, wir machen das in drei Stufen. Jetzt 33 Cent später nochmal und nochmal. Und da wurde die Ulla Schmidt interviewt im ersten deutschen Fernsehen. Frau Schmidt, Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Wir wollen die jungen Leute abschrecken mit hohen Preisen und die, die es nicht lassen können, wollen wir abkassieren. Das ist politisch gewollt. Warum jetzt nicht auf einen Schlag ein Euro pro Päckchen mehr? Warum jetzt die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer? Und da hat die Ulla Schmidt die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer mit dem Satz begründet, Wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Und wem sich der tiefere Sinn nicht sofort erschlossen hatte, für den hat dann die CSU noch eine Pressekonferenz gegeben. Und da sagt der Sprecher der CSU wörtlich, Wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Ja, das meinen die auch nicht ironisch. Das ist, als wenn ich sage, wenn wir Anschläge zu sehr erschweren, verlieren wir Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie. Das ist dasselbe Theater mit dem Klimawandel. Waren Sie auch so überrascht, der Klimawandel kommt, vor 30 Jahren angekündigt und der ist pünktlich. Der CO2-Ausstoß der Fahrzeuge muss reduziert werden, sagt die EU-Kommission. Wir müssen den Planeten retten. Wir haben noch 13 Jahre und 4 Monate sind schon um, wie Sie wissen. Der CO2-Ausstoß muss reduziert werden pro Fahrzeug. Und dann sagt die Automobilindustrie in Deutschland sofort, Ja, Moment mal, ihr wollt doch wohl nicht den Planeten auf dem Rücken unserer Arbeitsplätze retten. Und dann steht die Merkel dann da. Wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Wenn es schwierig wird, dann steht sie ja immer erst mal da und dann guckt sie so. Guckt sie so und dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird, wie ich. Und weil sie meistens ja nichts sagen will, weil sie sich auf keinen Fall festlegen will, dann fängt sie erst mal an, so ein paar Sprechblasen abzusondern. Und dann sagt sie dann so Sachen wie, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Das kommt immer sehr gut an. Das klingt sehr souverän und das klingt nach Einigkeiten und so. Und dann schiebt sie meistens noch hinterher. Wir müssen in der Frage Geschlossenheit zeigen. Das ist ja schön, Menschen, die in Anstalten leben, haben es halt gern geschlossen. Und wenn sie dann so mit diesen Sprechblasen die Luft ein bisschen angewärmt hat, dann schiebt sie ihre Allgemeinplätzchen in den Backofen hinterher. Sie backt ihre Allgemeinplätzchen in ihre eigenen Sprechblasen. Wir haben praktisch einen Umluftherd als Bundeskanzlerin. Und ihr liebstes Allgemeinplätzchen, und das passt aber immer überall, das ist im Augenblick immer, wir müssen in der Frage eine gemeinsame Lösung finden. Damit kommt sie überall durch. Und mit diesem einen Satz kann man auch Bundeskanzlerin sein. Mehr muss man nicht drauf haben. Man muss in der Frage eine gemeinsame Lösung finden. Also natürlich haben wir jetzt hier die Arbeitsplätze und den Planeten. Und da sagt die Merkel, da müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Da müssen sich die Arbeitsplätze mit dem Planeten mal zusammensetzen. Da wird sie sagen, wir müssen uns leider vom Planeten verabschieden, war eine schöne Zeit. Aber wir haben ja immer noch die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Sagen sie, braucht man einen Gendefekt, um Politiker zu werden? Das frage ich mich immer öfter. Oder gibt es einen geheimen Ort in Deutschland, wo Menschen zu Politikern umoperiert werden? Bei den Sportlandschiffen immer alle, weil die gedobt sind. Ja, die bringen aber weins Leistung. Natürlich sind die bei der Tour de France alle gedobt. Aber dafür kommen die auf die Berge ja auch rauf. Die können sich doch dopen, da habe ich doch kein Problem mit. Die sollen doch aufs Trikot draufschreiben, was sie genommen haben. Das fände ich korrekt. Da kann man dem Ziel auch mal sehen, was funktioniert und was nicht. Und dann können wir vielleicht das, was den Ulrich so schnell gemacht hat, der Merkel auch mal spritzen. Ich weiß ja nicht. Wir müssen uns doch was einfallen lassen, meine Damen und Herren. Wählen allein hilft auch nicht weiter. Wir haben das doch versucht. Dann haben wir gewählt, jetzt haben wir die Große Koalition offiziell in der Regierung. Und alle dachten, jetzt wird es besser. Jetzt sagen sie, wie sind Sie eigentlich drauf? Glauben Sie wirklich, wenn Sie die Scheiße aus dem Klo in der Vase füllen, wird irgendwas besser? Hätten gesagt, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Da kannten wir die Merkel ja noch nicht näher. Die anderen benehmen sich daneben und die Merkel macht nichts. Das ist ihr Trick. Sie macht überhaupt nichts, aber sie benimmt sich nicht daneben. Sie bleibt freundlich und sagt immer, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Das finden die Leute sympathisch. Was waren die Deutschen begeistert bei dem Amtsantritt von Merkel? Oh, endlich mal eine Frau. Und dann, sie macht das doch nicht schlecht, hieß es. Ich habe immer gesagt, was macht sie denn? Das wissen wir nicht, aber sie macht das nicht schlecht. Sehr schön auch immer die Leute, die sagten, die macht das besser als erwartet. Das ist eine super Kategorie. Besser als erwartet. Wenn die die Wertung bei der Tour de France einführen, fahre ich da auch mit. Sie hat den Agrargipfel gerettet im Dezember 2005. Wissen Sie, wie die das gemacht hat? Die hat zwei Milliarden deutsche Euro auf den Tisch geschmissen, die wir gar nicht hatten. Die Konflikte wieder mit Kohle zugekleistert. Schulden gemacht, neue Schulden gemacht. Um den Gipfel zu retten. Pump auf Pumps. Maggie Thatcher hat noch ihre Handtasche in Brüssel auf den Tisch gehauen. Können Sie sich erinnern? I want my money back. Und zwar in this bag. Den Rabatt haben die Engelner heute noch nach 20 Jahren. Unsere schmeißte Kohle auf den Tisch. Und Sie haben sich gewundert, warum der Chirac, der immer die Füße geküsst hat. Sie waren nur unterwegs am Anfang. Sie waren nur unterwegs. Sie waren in London, in Paris, in Washington, Moskau. Alle waren ganz begeistert. Können Sie an irgendwas erinnern? Irgendwas von Substanz? Ja, sie hat immer wieder nach Hause gefunden. Super. Besser als erwartet. Ja, da kann man nicht widersprechen. Dann hat sie die Rente gekürzt. Das wollen wir auch nicht vergessen. Sie haben wahrscheinlich gedacht, die würde die Rente ganz abschaffen und waren erleichtert. Besser als erwartet. Jetzt ist sie wieder unterwegs, oder? Jetzt ist sie da wieder unterwegs. Sie ist ja jetzt Vorsitzende vom G.8-Gipfel und EU-Ratsvorsitzende ist sie. Das erregt sie alle sehr. Jetzt darf sie diese ganzen Tagungen organisieren. Das Heilige Damm, wunderbar, meine Damen und Herren. Die G.8-Staaten treffen sich, um den Klimaschutz zu diskutieren. Diese Erklärungen sind wahnsinnig interessant. Die sagen dann, wir müssen wirklich was tun. Das ist super. Jetzt wollen sie über das Nachfolgeprotokoll von Kyoto diskutieren. Ja, das Kyoto-Protokoll wurde schon nie eingehalten von irgendjemand. Jetzt kommt das Nachfolgeprotokoll von Kyoto, meine Damen und Herren. Das ist doch, als wenn sich ein Haufen Alkoholiker, die versprochen haben, bis Ende 2006 mit dem Saufen definitiv aufzuhören, im Sommer 2007 einen Heiligendamm treffen, bei einem Kasten Bier und zehn Flaschen Schnaps, um mal darüber zu reden, wie es weitergehen kann. Aber die Merkel kommt damit durch. Die Leute finden das klasse. Die schwebt über ihre eigene Regierung. Sie ist nur da unterwegs jetzt wieder. Jetzt war sie im Nahen Osten, war sie auch vor ein paar Wochen. Denen bleibt auch gar nichts erspart. Das muss man auch sagen. Hat sich alles angeguckt. Am Schluss war sie bei den Saudis, bei den Scheichs. Da habe ich sie in der Tagesschau gesehen. Bei den Scheichs saß sie da. Und da sagt die Merkel auch tatsächlich allen Ernstes in der Tagesschau, in Anwesenheit der Scheich, sagt sie, um die Probleme im Nahen Osten in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich dachte, um Himmels Willen jetzt. Aber die Scheichs waren völlig begeistert. Super, auf die Idee ist hier noch nie einer gekommen. Die Frau schickt ja alle. Wahnsinn. Und dann ist sie ganz beschwingend weitergereist. Selbe Woche. Selbe Woche war sie dann noch in Frankreich. Da war der Afrika-Gipfel. Jacques Chirac traf sich mit den ganzen Staatspräsidenten aus Afrika. Ein schwieriger Gipfel. Afrika steht am Abgrund. Und viele sagen, da ist gar nichts mehr zu retten. Das wird immer schlimmer. Und die Merkel kommt da rein auf den Gipfel. Jetzt gucken die Afrikaner ja kein deutsches Fernsehen. Die wussten also nicht, was kommt. Es war dieselbe Woche. Jeder Tag ist schon Merkel auf der Afrika-Konferenz. Um die Probleme Afrikas in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Und die wieder alle, super, klasse. Jetzt laufen die Afrika alle rum, gemeinsame Lösungen, gemeinsame Lösungen. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Regierende, meine Damen und Herren. Die machen doch ja nichts. Die Gesetze, die die gemacht haben, sind doch meistens gar nicht bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen. Die hat der Köhl auf Ohr abgefangen. 70% der Deutschen sagen, die Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt mit Streitereien. Aber 70% finden die Merkel toll, weil die die mit der Regierung gar nicht in Verbindung bringen. Die Merkel schwebt über ihrem eigenen Kabinett. Auf ihrer eigenen Sprechblase. Wie so eine Hovercraft. Wie Queen Mumm persönlich, schwebt die über ihrem Kabinett. Eingelegt in Gin, in ihre eigene gemeinsame Lösung quasi. Was hat sie gemacht? Okay, eins hat sie gemacht, das wollen wir festhalten. Sie hat dem Wahlkampf ja schon versprochen, wir werden die Löhne senken, um die Steuern erhöhen zu können. Und das haben die ja gemacht, am 1. Januar. Ja, die Löhne sind gesenkt, weil am 1. Januar. Was? Die Lohnnebenkosten, sagen sie. Das ist richtig, ja, aber was ist denn das? Was sind Lohnnebenkosten? Haben sie da mal drüber nachgedacht? Fragen sie mal einen Arbeitgeber. Für einen Arbeitgeber sind Lohnnebenkosten einfach ein Teil des Lohns. Welcher Teil des Lohns gesenkt wird, ist dem Arbeitgeber ziemlich egal. Der Hauptsache ist, der muss weniger Geld bezahlen, damit sie für ihn arbeiten. Jetzt sind die Lohnnebenkosten der Teil des Lohns, mit dem der Arbeitgeber sich an der Arbeitslosen Kranken- und Rentenversicherung beteiligt. Das heißt, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss doch das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden, oder? Jetzt raten sie mal, wer das ist. Kleiner Tipp, es ist nicht ihr Arbeitgeber. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Lohnsenkung und sonst gar nichts. Die Löhne sind zu hoch, die müssen gesenkt werden. Freuen sich nie wieder über eine Senkung der Lohnnebenkosten. Das ist eine Lohnsenkung. Sie zahlen hinterher drauf. Denn die Merkel hat ja schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Senkung der Lohnnebenkosten gegenfinanzieren durch die höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich hätte die sagen müssen, damit wir ihre Löhne senken können, müssen sie höhere Steuern zahlen. Das ist die Wahrheit. Das heißt, entweder Sie haben weniger Geld in der Tasche und kurbeln davon nachhaltig die Konjunktur an und bauen parallel dazu noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge auf. Denn wenn Sie das Geld schon nicht haben, können Sie es ja auch zweimal ausgeben. Oder die Unternehmer haben weniger Geld in der Tasche und stellen davon neue Leute ein. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Sie müssen das auch gar nicht begreifen. Das ist ja eine christliche Partei. Sie müssen das glauben. Und die Leute erinnern sich auch zu gut, was die SPD gemacht hat in den letzten acht Jahren. Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohle-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach sieben Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Die SPD hat Politik gegen ihre eigenen Wähler gemacht. Die SPD macht seit acht Jahren systematisch Politik gegen die Menschen, die über SPD gewählt haben. Und jetzt wundern die sich, warum die nicht mehr SPD wählen wollen. Ein 17-Jähriger, der keinen Bock mehr auf Zuhause hatte, konnte ausziehen und Hartz IV beantragen. Und als dann die Ersten das gemacht haben, da saß der Wolfgang Klement nicht da und hat gesagt, sag mal, welcher Vollidiot hat eigentlich dieses bescheuerte Gesetz gemacht? Nee, der Klement hat es über die jungen Menschen aufgeregt, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, was er gemacht hatte. Die SPD hat es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren, dass ein Mensch wie Jürgen Rüttgers sagen kann, die machen sozial ungerechte Politik. Das ist, als wenn der Papst sich so daneben benimmt, dass ein Zuhälter sagen kann, sie sind aber ganz schön unmoralisch geworden. Ja, die haben die Haustrecke in das Land geholt. Jetzt können sie eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert, verschlanken die Firma, indem sie ein paar Leute entlassen, machen die eben noch profitabler, verkaufen die Firma wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert und dann zerschlagen und in Einzelteilen teurer weiterverkaufen und den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können auch eine Firma aufkaufen, sie haben das Geld gar nicht, um die Firma zu kaufen, aber die Firma macht ja große Gewinne. Dann leiht die Bank ihnen das Geld, sie stellen den Kredit, den sie aufgenommen haben, in die Bilanz von der Firma ein, lassen die Firma den Kredit abarbeiten und dann verkaufen sie die wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen, meine Damen und Herren. Das alles verdanken wir der Sozialdemokratie Deutschlands. Nur ein Jahr nach der Steuerreform steht der Eichel im Fernsehen und sagt, wir haben ja nicht gewusst, dass die großen Konzerne das alles auf einen Schlag im ersten Jahr in Anspruch nehmen würden. Wir hatten gedacht, die würden das auf sechs, sieben Jahre strecken, da wäre das haushalstechnisch kein Problem gewesen. Jetzt haben wir ein Haushaltsloch, das ist richtig, ja. Ja, Eichelmännchen, du alter Stratege. Du stellst auch in einmal Gummibärchen von Zweijährigen und sagst, das teilst du, du bist in Pubertät, aber schön ein. Wie nennen sie so jemand, der sowas macht? Der ist doch dumm wie 100 Meter Landstraße bei Kassel, oder? Und das ist doch eine freundliche Unterstellung. Entschuldigen Sie bitte, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Klement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße, damit könnte man ja leben. Dann sind sie einfach Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik geworden. Wenn sie aber genau gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von Ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. 16 Jahre lang hat die CDU Federführer und alles verbockt, sieben Jahre lang hat die SPD Federführer und alles verbockt, und jetzt dürfen die mal zusammen ran. Minus mal Minus gibt plus, meine Damen und Herren. Bis neulich. Die Sowjetunion begann sich aufzulösen. Gorbatschow hatte gesagt, wir rüsten nicht mehr mit, es ist vorbei. Das Wettrüsten war zu Ende. Gorbatschow sagte, wir können nicht mehr, wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt, wir rüsten nicht mehr mit. Sie haben gut lachen, aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Alle sprachen von Friedensdividende. Wie hätte man jetzt der amerikanische Bevölkerung noch klar machen sollen, dass die ganzen schönen Steuergelder für wahnsinnige Rüstungsprojekte ausgegeben werden mussten? Star Wars, SDI, was weiß ich. Die Amis hätten gesagt, nee, nee, Friedensdividende. Wir können jetzt mal Schulen bauen, wir können Straßen reparieren. Wir haben überhaupt keine Gesundheitsvorsorge in den USA. Und das Dammschutzprogramm müsste dringend mal erneuert werden. Wenn Sie den Menschen Geld für Rüstungsprojekte abpressen wollen, da brauchen Sie eine Bedrohung. Wenn Sie Gesetze ändern wollen, die die Bürgerrechte einschränken, da brauchen Sie einen Feind. Sie müssen den Leuten Angst machen. Und da haben die sich einen Feind gebastelt. Die haben den Hussein zum Hitler aufgeblasen. Einen miesen kleinen lokalen Despoten zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein riesen Arschloch, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war das ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Ami so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß er nicht, weil das Wasser zwischen den Kontinenten liegt. Und der Papa Bush hat gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Und er hat eine riesen Armee an den persischen Golf gebracht. Und seitdem sind die ja da. Die sind da geblieben nach dem ersten Krieg. Überall stationiert in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon der Olle Kissinger, Öl ist zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Ja, für sowas kriegen sie einen Friedensnobelpreis, wenn sie mal Interesse haben. Es sind aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen. Es sind die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man dann doch schon mal fragen, was ihr Herrgott sich da so bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei einem Moslem zu verbuddeln. Machst du das überhaupt nicht stutzig? Haben sie noch nie Angst gehabt, dass sie vielleicht doch vor dem falschen Altar rumrutschen? Überlegen sie mal, unser Öl bei den Moslems, unser Gas bei den Kommunisten. Was haben wir? Die dreckige Kohle, die kommt nicht mal von selber hoch. Was haben die Amerikaner im Irak verloren? Menschenrechte schützen? Können wir den Scherz nochmal in Farbe hören? Was diese amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, haben wir doch jetzt alle begriffen, oder? Systematische Folterung von Kriegsgefangenen, Abu Ghraib, die haben sich das vom Kongress schriftlich genehmigen lassen, dass die Menschen foltern dürfen. Guantanamo Bay, das größte Verbrechen der westlichen Zivilisation seit dem Zweiten Weltkrieg. Menschen wie Tiere käfigen. Seit fünf Jahren? Haben sie die Bilder mal gesehen? In diesen roten Overalls mit den Handschellen? In den Fußfesseln? Seit fünf Jahren sitzen einige da. Keine Anklage, keine Beweise. Nichts. Nur Vorwürfe. Sackebombkopf und verschleppt aus Afghanistan. Ihr seid Bestien, für euch gelten keine? Grundrechte. Natürlich nicht. Es sind ja Bestien. Wissen Sie, warum die alle so lange Haare haben? Die Zellen sind rund um die Uhr beleuchtet. Wenn Sie da ein bisschen Dunkelheit mal haben wollen, dann müssen Sie die Haare so lange wachsen lassen, dass Sie über die Augen kämpfen können. Hat der Kornas doch alles erzählt. Seit fünf Jahren sitzen Menschen unter diesen Bedingungen. Rund um die Uhr beleuchtete Zellen, permanente Verhöre, immer wieder dieselben Vorwürfe. Nach fünf Jahren gestehen Sie alles unter solchen Bedingungen. Und dann sagt mein Innenminister, Dr. Wolfgang Schäuble, ihm sei von Folterungen in Guantanamo nichts bekannt. Ja, dem Mann können wir ja zumindest weiterhelfen. Ich schlage hiermit offiziell vor, Herrn Schäuble mal fünf Jahre lang in so einem Käfig einzusperren, meine Damen und Herren. Das können wir doch hier in Bonn machen. Sie haben doch sicher noch ein schönes freies Plätzchen. Da machen wir eine neue Touristenattraktion draus, so eine neue Fanmeile, Public Schäuble Viewing. Ich meine das ernst. Ich bezahle den Käfig und alles, was der Schäuble frisst. So viel wird das nicht sein. Und Sie können ab und zu vorbeigehen und sagen, na Herr Schäuble, haben Sie jetzt eine konkrete Erinnerung an die Spenderaffäre, da müssen wir nochmal wiederkommen. Und wenn der Schäuble dann nach fünf Jahren in so einem Käfig immer noch nicht weiß, was Folter ist, ja, dann wollen wir auch nichts gesagt haben. Dann war ja alles prima. Menschenrechte, hören Sie doch damit auf. Es geht doch hier nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte. Es geht ums Öl. Natürlich. Der Erste, der es offen zugegeben hat, war Jacques Chirac. Man muss dem Mann doch dankbar sein. Im Januar 2006 hat er das offen zugegeben. Die sind doch jetzt mit dem Iran zu Gange. Nachdem die Demokratisierung des Iraks so wunderbar funktioniert hat, soll das Erfolgsmodell ja auf den Iran übertragen werden. Die freuen sich schon Loch im Bauch, da alle. Jetzt hat der Iran natürlich einen Fehler gemacht, das muss man eingestehen. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Seitdem wird der Iran kontrolliert von der Atomenergiebehörde von dem El Baradei. Israel zum Beispiel hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Die werden noch von keinem kontrolliert. Das ist auch nicht weiter schlimm. Israel hat Atomwaffen hergestellt. Das weiß man seit 20 Jahren. Da haben die nie drüber geredet. Der Eumann hat sich letztes Mal verplappert. Aber man weiß, die haben das Zeug. Die haben Atomwaffen, die haben Atomkraftwerke. Alles kein Problem. Die werden nicht kontrolliert. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, wie wir Deutschen übrigens auch. Hat sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen. Nicht zur Verbreitung von Atomwaffen beizutragen. Und darf dafür im Gegenzug Uran zu friedlichen Zwecken anreichern für die Kernenergie. Alles das, was wir Deutschen auch machen. Jetzt kann man mit dem angereicherten Uran böse Dinge tun. Das wissen wir alle. Bei uns Deutschen geht da keiner von aus. Wir Deutschen haben uns über die Jahrhunderte einen einwandfreien Leumund erworben. Der Iran aber hat ja schon mehrere Weltkriege angezettelt. Und ist bekannt dafür, dass er immer wieder über unschuldige Nachbarvölker einfach so herfällt. Jetzt sagt die westliche Weltgemeinschaft zum Iran, du hörst jetzt erstmal auf, das Uran anzureichert. Du hörst da erstmal komplett mit auf. Woher reden wir überhaupt nicht weiter? Hör auf damit. Du kannst es ja bei uns kaufen, das Zeug. Und dann sagt der Iran, zu meinen Augen nicht zu Unrecht, über den Ahmadinejad müssen wir nicht reden, meine Damen und Herren. Der Mann hat natürlich einen Vollschatten, das weiß ich auch. Der Ahmadinejad hat nicht nur einen neben sich stehen, der hat einen vor sich, einen hinter sich. Der ist vermündetfähig umzingelt, würde ich so sagen. Aber der Iran sagt in meinen Augen im Dezember 2005 nicht zu Unrecht, Moment mal, wir haben den Atom auf den Spaffer da unterschrieben, da steht drin, wir dürfen Uran anreichern zu friedlichen Zwecken. Jetzt wollt ihr uns das verbieten, dann drehen wir euch den Ölhahn ab. Das sind ja auch nur Verträge, oder? Kann man doch einseitig brechen, haben wir doch gerade gelernt. Und dann sagt der Jacques Chirac daraufhin im Januar 2006 wörtlich, ich bin bereit, Atombomben auf Schurkenstaaten zu werfen, wenn die strategische Versorgung des Westens gefährdet ist. Ich muss erklären, was Jacques Chirac wohl unter der strategischen Versorgung des Westens versteht. Was schätzen Sie? Croissants? Es geht ums Öl natürlich. Wir sind komplett abhängig vom Öl. Die ganze Wirtschaft hängt davon ab, das muss verfügbar bleiben zu einem akzeptablen Preis. Wo kommen wir hin, wenn die Menschen, denen das Öl gehört, bestimmen, was es kostet? Die NATO muss sicherstellen, dass das Öl verfügbar bleibt. Unseren Nachschub sicherstellen. Damit die Bundeswehr da mitspielen kann, muss die Bundeswehr umgebaut werden. Das ist ja eine Verteidigungsarmee, ne? Da tun sie ja nun gar nichts mit. Das ist da ein sinnfreier Haufen, Verteidigungsarmee. 50 Jahre lang haben die sich in der Lüneburger Heide den Zapf in die Striche. Ist da einmal einer gekommen? 60 Jahre nach Kriegsende muss man nochmal akzeptieren, kein Schwein auf der Welt will mit uns deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Das ist demütigend, ja. Aber die Welt ist schlecht. Jetzt wollen die Jungs überall mitkämpfen. Und da hat der Struck damals sofort gesagt, Deutschland wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Als der Struck den Satz zum ersten Mal gesagt hat, habe ich schon geahnt, Struck und Durchblutung. Aber jetzt sind die deutschen Soldaten überall. 9000 deutsche Soldaten sind weltweit im Einsatz, zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Die grünen Pazifisten, die aus der NATO austreten wollten, haben die deutschen Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Ein fantastischer Erfolg. 9000 deutsche Soldaten weltweit im Einsatz und jetzt sagt die Bundeswehr, mehr können wir nicht mehr. Die haben gesagt, noch einen Auftrag können sie auch nicht übernehmen. Sie sind logistisch am Ende, auch finanziell. Man hat es bei den Tornados ja gerade gesehen. Man hält die 30 Jahre lang vorrätig. Da werden die 14 Tage lang gebraucht. Schon bricht das erste Bug gerade ab. Jetzt kommt Erschwerende zu. Die waren so lange nicht im Ausland. Die deutschen Soldaten, die wissen gar nicht mehr, wie man sie als Soldat da benimmt. Jetzt haben sie sich daneben benommen. In Afghanistan. Ein Riesenskandal. Es hieß obszön, obszön. Ich dachte, was ist los? Der Verteidigungsminister sagte, was die deutschen Soldaten gemacht haben, wäre obszön, unentschuldbar. Ich dachte, was haben sie gemacht? Obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kameraden missbraucht? Ich meine, machen sie ja gerne. Geht ja zur Grundausbildung, wie wir inzwischen gelernt haben. Was haben sie gemacht? Haben sie Kinder über den Haufen geschossen? Haben sie Frauen geschändet? Obszön, was haben sie gemacht? Ne, geschossen hatten sie gar nicht. Schnappschüsse hatten sie gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, waren Schnappschüsse. Haben den Leuten die Motive nicht gefallen? Wenn die Amerikaner Kinder über den Haufen schießen, fragt keiner nach den Motiven. Die sind immer ehrenwert. Bei unseren Fotos kommen das auf die Motive an. Die Deutschen waren völlig entsetzt. Viele haben gesagt, wieso eigentlich deutsche Soldaten in Afghanistan? Ich dachte, das wäre die Bundeswehr da. Das sind doch keine Soldaten. Ich bitte Sie. Das haben wir doch gelernt. Bundeswehr, das sind Staatsbürger in Uniform. Menschen wie du und ich, Menschen mit innerer Führung, die einfach Spaß haben, in der Uniform rumzulaufen. So Ganzjahres-Karnavalisten. Was weiß ich. Meine Damen und Herren, die NATO-Doktrin sagt offiziell, wir dürfen die NATO-Soldaten auch außerhalb des Bündnisgebietes einsetzen, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Das heißt, wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Wenn das der Führer, noch erlebt hätte. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Sie erinnern sich an den ersten Krieg gegen Hussein 1991? Im Januar begann das Bombardement. Erstmal vier Wochen lang Präzisionsbombardement. Die Amerikaner können ja heute aus fünf Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision, ja, die können mit chirurgischer Präzision aus fünf Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus fünf Kilometer Höhe. Dann kam der Frontalergriff zu Lande. Februar 1991, Papa Hüsch sagte, es kommt die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Es ging gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Februar 1991, bei uns fiel der Karneval aus. Dafür waren die Gasmasken ausverkauft. In ganz Deutschland waren alle Gasmasken ausverkauft. Die Deutschen hatten Angst vor Saddam Hussein. nur um mal klarzustellen, dass das deutsche Volk nicht weniger beschränkt ist, als das amerikanische. Die Deutschen hatten Angst, der Hussein hätte mit den Raketen, die wir ihm verkauft hatten, mit den Gassprengköpfen bis nachher schießen können. Dabei waren die alle für Israel gedacht. Und da hat er sie ja auch ordnungsgemäß hingeschossen. Der Hussein war immer ein fairer Kunde. Der hat nie seine Lieferanten angegriffen. Die Juden müssen es mehr getrieben werden. Das sahen die da seit 40 Jahren. Hat der Hussein auch immer gesagt. Wenn der Hussein so etwas gesagt hat, hat die Regierung Kohl gesagt, Hussein, nicht so laut. Was brauchst du denn? Die Regierung Kohl hat den Export von Kurzstreckenraketen mit Giftgassprengköpfen aus Deutschland einen Irak genehmigt, meine Damen und Herren. Die hat den Todfeind Israels mit Giftgasraketen aufgerüstet. Und dann saßen die Deutschen im Februar 91 mit Gasmasken vorm Fernseher und sahen zu, wie die Israelis im Bunker saßen und mit Giftgas aus Deutschland beschossen wurden, mit deutschen Raketen. Wie nennen sie das denn jetzt? Intelligenten Antisemitismus? Nach dem Motto, der Ahmadinejad schwätzt nur dumm rum, die Regierung Kohl hat wenigstens was getan. Ja, das ist doch mal ein Friedensnobelpreis wert, oder? Bei der größten Panzerschlacht aller Zeiten sind 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, meine Damen und Herren. Das sind jetzt Panzerschlachten heutzutage. 17 Tote, da ist bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. In beiden Kriegen gegen Hussein sind jeweils 150 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Jetzt die ganzen Toten, das war nach Ende des Krieges, zur Besatzungszeit. In den Kriegen sind jeweils 150 Amerikaner gestorben, davon die Hälfte jeweils von eigenen Kameraden erschossen. Der Rest ist bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Alles wie zu Hause, killed by friendly fire. Guten Freund, dem gibt man halt ein Schüsschen oder ein paar Hundert. Auf amerikanischer Seite 150 Tote, auf irakischer Seite jeweils 60, 70, 80.000 Tote. Das nennen sie jetzt einen Krieg? Die haben die aus der Luft abgeknallt wie die Kanickel. Da ist der am Boden überhaupt nicht gekämpft worden. Da können sie doch raten, wie so ein Krieg gewinnt, oder? Da können sie auch den Klitschko auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf dein Knie auf. Der Kleine hat einen schweren linken Nagel. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Ja, das ganze Land von voller Massenvernichtungswaffen, der konnte innerhalb von einer Dreiviertelstunde in ganz Europa angreifen. Wo ist das ganze Zeug eigentlich? Da hat der Putin einen schönen Satz gesagt. Wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Und der Papa Bush war clever. Der Papa Bush hat den Hussein noch an der Macht gelassen. Geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden, war weiter Hussein ins Problem. Ein Arschloch im Wandschrank. Für eine Welt macht eine prima Sache. Wenn es zu Hause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank. Bum, 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 bum. Kommt der wieder weg. Zur Wiedervorlage. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September 2001, Amerika geschockt, zurecht geschockt. Furchtbares Verbrechen. Der Präsident, wir müssen was tun. Mr. President, da kann man noch nichts tun. Das ist Terrorismus. Was wollen sie denn tun? Das kann man nur ertragen. Und zwar in Würde. Wir können der Welt beweisen, dass eine Demokratie sich durch solche Verbrechen nicht erschüttern lässt. Ach so, Gesülze. Wir sind Amerikaner. Wir tun immer was. Wir müssen uns rächen. Ja, an wem denn, Mr. President? Das ist ja das Blöde bei Selbstverlustattentätern. Ja, wir rächen zu den Hintermännern. Wir wissen doch gar nicht, wer das wirklich ist. Und wo die sind, wissen wir auch nicht. Ja, wir müssen aber irgendwas tun. Ja, wir können irgendwas bombardieren. Das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Wenn die Jungs am Boden rumlaufen, schießen die sich nur gegenseitig über den Haufen. Bombardieren wir Afghanistan. Da ist eh schon alles kaputt. Außerdem läuft da der Debilladen rum. Vielleicht treffen wir ihn ja. Terroristen-Bomben-Lotto. Was weiß ich. Der erste vernünftige Vorschlag. Auf nach Afghanistan. Jetzt haben die den Busch damals mit Mühe davon abhalten können, Afghanistan mit Schiffen anzugreifen. Schade, oder? Ich hätte ihn fahren lassen. Stattdessen vier Wochen lang Bomben auf Afghanistan. Das hat schon mal gut getan. Ist der Terrorismus jetzt besiegt? Nein, Mr. President, die Taliban sind besiegt. Vorläufig. Die sind jetzt wieder im Untergrund als Terroristen. Der Terrorismus hat weltweit sehr großen Zulauf. Das war eine sehr schöne Werbeaktion. Kann man nicht anders sagen. Ja, was ist der mit dem Billaden, Freunde? Den können wir nicht fangen. Den hat der CIA zu gut ausgebildet. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen was tun. Wir wissen doch, wo ein Arschloch im Wandschrank sitzt. Hat der was mit dem 11. September zu tun? Äh, nein, aber wir wissen, wo er ist. Also, raus damit. Bom, 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 bom. Und was macht der W?